Herzlich Willkommen zum Video Energiesparen Part 1 Wasser bzw. Warmwasser, Bad und Energieverbrauch. Bade- und Duschverhalten ändern, drei Vorteile. Geld sparen, Umwelt erhalten, wir brauchen die Erde, die Erde braucht uns nicht und Haut schonen, auch ein sehr wichtiger Punkt, Warmwasser und Badewanne. Am besten meiden Sie häufige Badewannengänge. Das ist viel zu viel Wasserverbrauch im Moment, generell auch, aber zu dem Zeitpunkt des Videos, da ist die Zukunft halt noch unsicher und vielleicht sollte man vorher einfach schon mal anfangen, da zu sparen, wo es geht. Ist für mehrere Bereiche sehr, sehr nützlich im Leben. Sie sehen, Wasser, ich sage mal eine Wanne von circa 100 bis 200 Liter. Das ist schon jede Menge Wasser. Aber es ist ja nicht nur Wasser. Auch wenn Sie warmes Wasser haben wollen, also in eine kalte Badewanne gehe ich halt selten, wäre es kein Hut ab. Aber das Warmwasser muss ja auch aufgeheizt werden. Und 120 Liter Wasser aufheizen, das kostet natürlich enorme Energiemengen an Strom und Gas. Und das sind natürlich hohe Kosten. Also wäre es vielleicht besser, wenn man doch auf die Dusche rumstallt. Und selbst da kann man noch ein bisschen sparen. Erster Vorteil, klar, Geld sparen beim Duschen. Gut ist es, wenn Sie den Duschkopf austauschen. Das spart auch wieder jede Menge Wasser. Das bedeutet, ein Standard-Duschkopf, der lässt circa 18 Liter Wasser pro Minute durch. Oder Sie nehmen Sparduschkopf. Circa 6 Liter pro Minute. Sie sehen den Unterschied. Das wird dadurch erreicht, dass halt viel mehr Luft mit durchgepumpt wird. Eine Ersparnis bei 5 Minuten Duschen sind dann circa 60 Liter Wasser. Und die entsprechende Energie, die wieder für warm Wasser benötigt wird. Und in der Beschreibung sehen Sie einen Link zu dem Duschkopf. Und den benutze ich auch und bin halt zufrieden damit. Ich merke eigentlich keinen Unterschied, ob da jetzt 18 Liter Wasser auf mich niederprasseln oder 6 Liter Wasser. Übrigens, noch kurz dazu, wie ich schon sagte, kurz duschen. Beim Einseifen zum Beispiel einfach die Dusche ausschalten. Hört doch niemanden. Oder beim Einschamponieren. Und naja, je kälter, desto besser duschen. Natürlich sollen Sie nicht die ganze Zeit nur kalt duschen, aber halt ein kleines Stückchen runterdrehen, so dass es gerade noch angenehm ist. Gar nicht so heiß duschen. Je kälter, desto weniger Energieverbrauch. Enormer Spareffekt. Kommen wir zum Vorteil 2. Umwelt erhalten. Auch ein wichtiges Thema. Wir kommen nicht drumherum. Nur kurz und etwas kälter duschen, hatten wir ja gerade auch, ist natürlich für die Umwelt auch wieder klasse. Wasser und Energie sparen, nicht nur fürs Portemonnaie gut. Umweltverträgliche Duschgele oder Seifen verwenden, die extrem wenig Chemie oder chemische Stoffe beinhalten, die eigentlich gar nicht da reingehören. Das bedeutet auch wieder weniger Schmutzwasser, das gereinigt werden muss. Je weniger Chemikalien ins Wasser gelangen, desto weniger muss gereinigt werden. Und vielleicht nehmen Sie sogar Seife anstatt diesen Plastikverpackungsmüll. Denn Seife, es gibt sehr, sehr gute Seifen, heutzutage schon. Die sind dann vielleicht auch nur in Pappe eingewickelt. Ja, Pappe ist ja wunderbar zu entsorgen. Und ich habe unten in der Beschreibung noch ein paar Links zu zwei Seifen, die ich halt auch sehr gerne nehme und sehr gerne nutze. Wer möchte, kann sich das Ganze ja mal angucken. Und wie gesagt, jeder kann mitmachen. Kommen wir zum Vorteil 3. Und das habe ich auch im eigenen Leib erfahren, denn meine Haut ist ein bisschen empfindlich. Leider. Auch wieder nur kurz und so kalt wie möglich duschen. Das ist für die Haut und den Hautfilm natürlich ideal. Am besten dann natürlich bio- oder und umweltverträgliche Duschgele oder wie gesagt Seifen benutzen. Die Links dazu finden Sie ja unten, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Das sind biologisch erzeugte Waren. Diese Seifen sind hautneutral, über gesündere Haut. Auch keine unnötigen Chemikalien, die durch die Poren entweder unsere Haut angreifen oder sogar den Körper oder in die Organe gelangen. Man weiß ja gar nicht alles, was diese ganzen Chemikalien oder auch wenn die in Zusammenwirkungen in unserem Körper gelangen. Was halt mit unserem Körper passiert. Deswegen immer auf Nummer sicher gehen. Und was nebenbei noch gut für die Haut zusätzlich ist. Niemals die Haut mit dem Handtuch abreiben. Am besten vorsichtig abtupfen. Schont den Schutzfilm auf der Haut und der Körper beziehungsweise die Haut kann sich viel viel schneller regenerieren. Sollten Sie beibehalten. Auch wenn Sie meinen Ihre Haut ist total in Ordnung. Man wird ja älter. Und je mehr man seine Haut geschont hat, was das angeht, desto besser wird Ihre Haut im Alter sein. Und das nächste Video, das ich entweder jetzt schon gemacht habe oder das ich in Zukunft machen werde, je nachdem, wann Sie dieses Video anschauen. Da werde ich noch über Strom sparen, Heizkosten sparen und Sprit sparen reden. Und außerdem noch werde ich sowas hier vorbereiten. Wie man eine Shampoo-Flasche herstellt. Und Sie sehen hier schon, was man alles dafür braucht. Aber das werde ich ganz in Ruhe erklären. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Sie geben mir einen Daumen hoch und abonnieren den Kanal. Denn ich werde immer mehr Videos hochladen. Bis zum nächsten Mal. Des Weiteren habe ich hier noch mehr Themen auf YouTube. Und zwar unter anderem habe ich hier auch noch Playlists von Bad, Grundlagen bis Aufbauthemen. Excel, auch Grundlagen und nach und nach aufgebaut, auch Formeln schön erklärt. PowerPoint-Grundlagen. Wen es halt interessiert noch PowerPoint. Diese Präsentation ist zum Beispiel auch größtenteils mit PowerPoint erstellt worden. Outlook-Themen. Denn Outlook ist ja auch nicht immer selbst erklärend. Und da hilft das doch schon, wenn man hin und wieder mal ein paar kleine Tipps sich holt. Dann, was mir auch persönlich am Herzen liegt, Sicherheit im Netz. Zum Beispiel virtuelle private Netzwerke und weitere Themen Schutz. Die allgemeine EDV, also allgemeine Themen. Und, was ich auch begonnen habe, Grundlagenkaufmann. Und eventuell kommt auch noch SAP dazu. Mal schauen, wie viel Zeit ich habe. Mal schauen, wie viel Zeit ich habe. Bis zum nächsten Mal.